Musik Eure Lieblingsstars feiern mit euch Weihnachten. Kors und the Act haben ihre größten Hits dabei und erzählen, wie sie Weihnachten verbringen. Bad and Breakfast verschenken tolle T-Shirts und liefern sich eine wilde Schneeballschlacht. East Seventeen schmicken einen ganz besonderen Weihnachtsbaum und singen schräge Weihnachtslieder. Boyzone verraten euch irdische Weihnachtsbräuche und wir werfen einen Guck in ihre Reisetaschen. Instinct backen Plätzchen für ihre Freunde, die Backstreet Boys. Und World Apart geben euch Fitnesstipps zum Abspecken nach den Feiertagen. Außerdem gibt es für euch jede Menge toller Weihnachtsgeschenke zu gewinnen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik